Locked in Lauderdon, herzlich willkommen liebe Freunde zu Formel 1 2017 in der 2005er Mod. In dieser Mod fahren wir mit Ralf Schumacher im Toyota und versuchen so ein bisschen, ja, die Formel 1 Weltmeisterschaft von 2005 für uns zu entscheiden und nicht, wie es dann wirklich war für Fernando Alonso im Renault. Zur Erklärung, es gibt natürlich nicht alle Strecken der 2005er Version hier, leider, also des 2005er Jahrgangs. So fehlen natürlich unter anderem San Marino, die USA und die Türkei. Leider. Das heißt, wir haben 14 Rennen. Das Skandalrennen aus den USA können wir leider nicht wiederholen. Diejenigen, die sich erinnern, da sind nur 6 Autos an den Start gekommen und ein Jordan war tatsächlich auf dem Podium. Aber das ist was anderes. Wir starten in Australien, diesmal noch mit dem Blitzqualifying. Aber ab der nächsten Folge werde ich dann nur noch die Rennen fahren. Das Blitzqualifying werde ich dann halt so vorneweg machen. So, eigentlich ist das auch schon genug erklärt. Also, im Grunde genommen ist das jetzt das komplette Fahrerfeld von 2005. Abgesehen von den Fahrern, die halt nicht dabei waren die ganze Saison über. Sprich, Pietro della Rosa ist nicht im McLaren Mercedes dabei. Genauso wenig wie Antonio Pizzonia, der dann bei Williams BMW den Nick Heidfeld ersetzt hat. Ab Ende des Jahres, weil der ja sich verletzt hatte. Genauso wenig dabei sind Vita Toniolyuzzi, Anthony hieß er, glaube ich, Davidson. Zonta wird auch nicht dabei sein. Aber ich glaube, sonst haben wir alle Fahrer dabei. Nein, Alexander Wurzel wird auch nicht dabei sein. Genau. Richtig, der wird auch nicht dabei sein. Okay. Ansonsten sind, soweit ich weiß, alle Fahrer dabei. Alle Originalteams. Und mehr oder weniger die Originalstrecken, die auch noch wirklich dabei waren im F1 2017. Gut, genug geredet. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit der Qualifying-Runde. Blitzqualifying. Eine Runde wird gefahren. Dann gucken wir mal, ob die starken Renault und die starken Mercedes wirklich so stark sind. Schauen wir mal. Ab auf die Strecke. So, wir mit unserem Toyota. Hier, schön auf der Strecke. Start der Runde. Und da sahen wir gerade, dass Trulli tatsächlich Erster ist. Ganz kurz. Also nicht, doch, warte mal. Doch, Trulli, unser Kollege. Natürlich. Wow. Und am Helm erkennt man auch das, was Ralf Schumacher ist. Der kleine Bruder von Michael. Auch der fährt hier natürlich mit im Ferrari. Und dazu werde ich aber auch noch später was sagen, denn die Teams sind natürlich nur ersetzt hier, beziehungsweise die Fahrer. Das heißt, da könnte es noch lustig werden. Und dazu später mehr. Boah, okay. Ist eine sehr schlechte Runde, was wir hier gerade fahren. Ähm, werden den Ansprüchen von Toyota wahrscheinlich nicht gerecht. Toyota ja nur aus dem Grund, aus der Formel 1 rausgekommen, weil halt keine Titel da waren. Und für die Jüngeren, ja, Toyota fuhr mal in der Formel 1. Wow. Okay. Aber ich muss mich jetzt echt wieder zusammenreißen, hier Formel 1 2017. Das ist schon eine Weile her. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, dass ich die Karriere ja gespielt habe. Zumindest eine Saison. Gut, aufgenommen habe ich tatsächlich sogar die zweite Saison komplett, aber habe sie nicht hochgeladen. Und Physikeller wird hier natürlich auf jeden Fall die Pole holen. Der Renault ist einfach viel zu stark, aber wir sind auch viel zu schwach in diese Kurve, in diese Runde gekommen. Eine 1,30, das dürfte, wenn es Platz 10 sein. Schauen wir mal, Platz 9, immerhin für Ralf Schumacher beim großen Preis von Australien. Startplatz Nummer 9, natürlich. So, hier sehen wir es, aber wir gucken uns das gleich natürlich nochmal komplett an, wer da wo startet. Die Kommentatoren habe ich natürlich ausgemacht, weil die haben so ein bisschen Probleme mit den Namen. Die können die nämlich gar nicht. Also könnten rein theoretisch schon, aber haben sie natürlich nicht eingesprochen. So, das müssen wir jetzt wieder skippen, das ist ja natürlich komplett falsch. Und jetzt kommen wir zur Startaufstellung. So, da haben wir auf der Pole Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella knapp dahinter. Die sind zeitgleich tatsächlich. dann haben wir Montoya und Raiköhn, Barrichello auf der 5, Schumacher auf der 6, Trulli, unser Teamkollege auf der 7, Sato 8, Neunter sind wir, Weber auf der 10, Kultat, Montero, Villeneuve, Button, Massa, Heidfeld auf 16, Klin, Narain, Katikeyan, Albers und Patrick Friesacher machen die Startaufstellung komplett. So würde das ein Christian Danner sagen, oder ein Heiko Wasser. Er würde sagen, wir springen ins Auto. Jo, also aufpassen, das Feld wird sich zusammenziehen, der Weg ist nicht weit zur ersten Kurve und da geht es auch schon los. 15 Runden, also 25 Prozent der normalen Renndistanz. Da sind wir, glaube ich, ein bisschen spät von der Kupplung gegangen. Habe hier aber Windschatten von Trulli immerhin schon mal etwas. Werden hier aber auch schon von einem Red Bull überholt, das ist David Kultat. Sein erstes Jahr im Red Bull, allgemein das erste Jahr von Red Bull. Fuhren bis vor einem Jahr, also bis 2004, noch unter dem Namen Jaguar, beziehungsweise Jaguar hat das Team an Red Bull verkauft. Aber man blieb sich treu, man war, oder blieb einfach ein Partyverein, quasi. Und da hat es schon ein bisschen Berührung gegeben zwischen Kultat und mir. Ja, genau. Wir haben ein bisschen... Oh, da sind wir sehr hart reingestochen. Das war nicht ganz fair, aber im Rahmen des Erlaubten. Jetzt staute sich natürlich hinter uns. Jetzt haben wir natürlich den Anschluss verloren zur Spitzentruppe da. Zur aktuellen Spitzentruppe. Das wird sich natürlich alles noch im Verlauf des Rennens ein bisschen entwirren. Oh, ganz schlecht. Ganz schlecht hier diese gerade gefahren. Trotzdem kommen wir noch relativ gut ran an Sato im B.A.R. Honda British American Racing. Aber ich wusste lange Zeit echt nicht, dass B.A.R. für British American Racing steht. Also da dachte ich mir da nur, als ich das gelesen habe, ja, natürlich. Voll auf den Kopf geschlagen, ne? An den Kopf geschlagen, so, wie du sagst. War schon echt naja. Dämlich. Okay. So, wir haben hier natürlich nur die neue Punkteregelung. Die Formel 1 Experten unter euch wissen ja, 2005, da gab es noch ein anderes Punktesystem. Damals hat der achte als erster oder als letzter beziehungsweise Punkte gekriegt. Oh, weit raus, weit raus und das Auto gerade noch so gefangen. Läuft noch nicht so wie geplant für Ralf Schumacher. Warum ich mit Toyota fahre, kann ich übrigens auch erklären. Ich fand Toyota schon immer relativ sympathisch. Also als Rennstall in der Formel 1 war für mich irgendwie, ich fand die cool. Wir hatten eine coole Lackierung, die weiß-rote, das war sehr sympathisch. Sind ja, glaube ich, auch tatsächlich unter deutscher Fahne gefahren. Hatten das Rennwerk hier in Köln schon cool. So. Wir kommen nicht wirklich ran an Sato. Aber ich denke, bei Mercedes und Renault werden das Rennen eh unter sich regeln. Ja, hier sehen wir wieder Fernando Alonso mit einer 1.30.991 einer relativ guten Zeit. Im Verlauf ist das natürlich mehr. So, was, DHS, was ist das? Das kenne ich jetzt nicht. So als 2005er Formel 1 Fahrer gibt's, was ist das? Weiß ich nicht, kann mir das jemand erklären? Ne, ähm, auch hier, ich glaube, DHS ist tatsächlich sogar ausgeschaltet hier. Durch die Mod, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. man sieht ja natürlich auch noch die alte Werbung, die Bridgestone Werbung zum Beispiel, die ja relativ häufig auftauchten, Mobile One. Natürlich F1, 2017, da wird jetzt schon Werbung voll gemacht, Mensch, das ist ja cool. Auf welcher Playstation kommt das raus? Welche Playstation hat man da denn? Sieben oder so bestimmt schon, ne? Ja, klar. So, hat man damals vielleicht gedacht, keine Ahnung. Da war ich noch ein bisschen jung, um an Playstation und so einen Scheiß zu denken, also, naja, daran gedacht, habe ich schon, klar, so jung war ich da auch nicht mehr, aber, 2011, da war ich, äh, 2005, da war ich 11, ja, und hier war gelb, gelbe Flagge, Christian Klin ist sehr langsam unterwegs, das hat mich jetzt ein bisschen irritiert und dadurch ein bisschen verbremst, und hier viel zu spät auf die Bremse, 1,30, 9, 1,8 mittlerweile von Fernando Alonso, schnellste Rennrunde wieder, ich glaube, da kommen wir noch gar nicht ran, 1,33, 4, 8, 8, 8 war meine beste bisher, ah, wieder aufgeholt, 1,32, 6, 4, 9, oh, das war ein bisschen kurve geschnitten, wollen ja auch irgendwie in die Punkte kommen hier, also in die theoretischen Punkte, ich habe das bei anderen YouTubern auch schon gesehen, dass, die zum Beispiel, wenn sie ältere Serien fahren, also per Mod oder so, die Punktetabelle der alten halt, Regelungen reinbringen, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich das auch machen soll, und wer ist für diese Folge einmal machen und dann können wir ja weiter gucken, den Taschenrechner, den habe ich ja, das sollte kein Problem sein, so, aber jetzt langsam, sollten wir wirklich mal ein bisschen rankommen an Sato, sonst haben wir ein Problem, aber mit dem Spritz und beim Plus, das ist gut zu wissen, aber wir können ja tanken, ja, das ist ja kein Problem, damals durfte noch getankt werden in der Formel 1, das fand ich eigentlich ganz cool, fände ich auch cool, wenn man es wieder machen würde, aber es sind ja Sicherheitsgründe und aus diesem Aspekt finde ich das Ganze in Ordnung eigentlich, wo man sich sagt, ja, Sicherheit geht vor für die Mechaniker, für die Autos, etc., für die Fahrer vor allen Dingen, meine, wie oft ist da einer losgefahren, der Schlauch hing noch dran, da hat es Feuer gegeben, das braucht man nicht unbedingt, 1,31, 4,8,0, sehr gute Runde eigentlich von uns, Pit window is open, hab ich gerade gehört, also wir dürfen an die Box gehen, rein theoretisch, Reifen gewechselt werden müssen ja trotzdem, wir wollen ja nicht mit den schlechten Reifen hier, weiterfahren, also im Verlauf des Rennens zumindest, die werden ja auch hier schlechter, ob ihr das hier mal anguckt, und was ich auch am besten finde eigentlich an dieser Mod, wow, ist definitiv der Sound, oh, viel zu spät gebremst, viel zu weit raus, das kostet Zeit, okay, wir sollen schon an die Box kommen, diese Runde, okay, das war jetzt sehr unsauber, das weiß ich selber, guck mal, wie weit Sato jetzt weg ist, vielleicht können wir einen Undercut gegen Sato machen, denn das ist ja hier jetzt in der Mod zumindest möglich, zu spät aufs Gas, wir sollen tatsächlich jetzt schon an die Box, das ist schon sehr früh, aber oh, wir sind nicht alleine, wir können keinen Undercut machen, definitiv nicht, und gib ihm, da fährt er erst schon wieder raus und da ist unsere Box, zwischen Renault und Williams, Release, okay, jetzt sind wir hinter einem Ferrari, hinter Michael, da haben wir noch ein bisschen Platz gut gemacht, so wie es aussieht, wenn wir hinter Michael Schumacher rauskommen, hinter unserem Bruder, oder da ist irgendwas schiefgegangen bei denen, wer weiß, jetzt gucken wir mal, der direkte Vergleich hier, Bruder gegen Bruder, das ist ja auch schön, Platz 18 aktuell, das ist jetzt nicht unbedingt was Gutes, mal gucken, wie viele noch nicht an der Box waren, wäre interessant zu wissen, wer jetzt führt, vielleicht ja einer der Minadi, Albers oder Friesacher, oder einer Red Bull, sprich, Clean Weber, nein, Weber ist es gar nicht, Clean und, Kultart natürlich, genau, Kultart war ja bis 2008 bei Red Bull, wurde dann durch Mark Weber ersetzt, kam Sebastian Vettel ja auch noch dazu, nachdem er im Vorjahr so ein super Rennen in San Marino gefahren ist und sich den ersten Platz geholt hat, Teamkollege ist an der Box, also Sergio, ich weiß nicht, wer Sergio ist, aber ich glaube, er meint ja, nur Trulli, also Michael ist immer noch vor uns und er zieht uns so ein bisschen weg, immer, und Sato direkt davor, heißt rein theoretisch haben wir sogar einen Platz verloren, eventuell, oder Michael Schumrat einfach echt einen sehr schlechten Boxenstopp, naja, jetzt natürlich eine 1,37er Zeit, klar, wegen der Boxenausfahrt, geht 3,5 Sekunden hinter, beziehungsweise vor Mark Weber, da ist unser Teamkollege, ist tatsächlich vor uns, also wir haben jetzt echt ein bisschen Zeit verloren, definitiv, dass Michael Schumacher so weit hinten fährt, ist auch verwunderlich, oh, da verteidigt sich Sato gegen Michael Schumacher, oder er wollte dann Trulli vorbei und das hat nicht funktioniert, wer weiß das schon, aber jetzt kommen wir tatsächlich Michael schon mal ein bisschen näher wieder, also sobald es auf die Geraden geht, haben wir natürlich verloren, hier die Kurven, da ist der Panasonic Toyota natürlich super, hier brauchen wir es definitiv noch nicht versuchen, das kann nur schief gehen, wenn wir es hier versuchen werden, und hier einmal ein bisschen verlängt, das ist gar nicht gut, jetzt vielleicht den Windschatten von Michael Schumacher mitnehmen, schaffen wir nicht, naja, wir müssen mit diesen Rennen, äh, diesen Reifen das Rennen beenden, das ist natürlich schlecht, wenn wir die ganze Zeit hinter Michael herfahren, und jetzt wird das Feld hier ganz schön aufgehalten, Raikön sehe ich da auch noch vor, Trulli, und ein Renault ist da auch, das heißt, es sind noch viele der Nachzügler, beziehungsweise von den hinteren Plätzen, also eigentlich aus dem hinteren Teil des Fahrerfeldes, weiter vorne, die noch nicht gestoppt haben, weil es könnte Minari sein, der da vorne ist, das spielt uns natürlich mega in die Karten, wir können jetzt gleich den ersten Überholversuch gegenüber Michael Schumacher hier mal starten, nein, hier noch nicht, ich kann leider nicht sehen, wer es ist, aber es ist auf jeden Fall einer der Minari, der sehr, sehr langsam unterwegs ist, also für uns mehr oder weniger Top-Teams, dazu gehörte Renault ja mehr oder weniger eigentlich, wir waren immerhin 5. 6. und 7. die beiden, also Trulli und Schumacher, beziehungsweise Dalf Schumacher, 6. Trulli, 7. Das ist definitiv ein Minari, der jetzt in die Box abbiegt, das heißt, freies Rennen wieder für uns, für unsere Truppe hier, und da sind einige an der Box, wie man sieht, und das war nicht gut, viel zu weit rausgekommen, jetzt den Windschatten bloß nicht verlieren, klappt gerade so, vorbei an Kultert, wichtig, und ganz stark in die Bremse gehen, sonst fahren wir unseren Bruder noch hinauf, das wäre nicht gut, das würde Stress geben in der Familie, das wollen wir nicht, aber jetzt könnte es vielleicht klappen, nein, oh, kleine Berührung zwischen Schumacher und Schumacher, außen jetzt der Ralf und muss mich wieder ziehen lassen, die Berührung, die hat man zum spüren bekommen, auf jeden Fall, das hat uns ganz schön aufgehalten, uns beide, oh, da muss ich ihn jetzt wieder passieren lassen, ist eh der Schnellere von uns beiden, wow, wow, wieder eine Berührung, direkt glaube ich hier auf den grünen Streifen, oh, und da hätte ich nicht so stark bremsen müssen, jetzt ist Michael wieder ein Stück weg, das ist nicht gut, er kommt erstaunlich gut ran und erstaunlich gut hinterher mit dem Toyota hier, wieder schnellste Runde Fernando Alonso, das sind wieder welche in der Box, das heißt, hier werden wir wieder ein paar Plätze gut machen, dann sehen wir endlich, wo wir wirklich sind, oder auch nicht neunter aktuell, als Michael würde die letzten Punkte der alten Punktewertung kriegen, wir wären noch bei null, ich hoffe, wir werden noch ein paar Bruder-Duelle in der Saison haben hier, Nächster Kurs wird uns definitiv nicht liegen, das wäre nämlich Sepang, also Malaysia, ein Hochgeschwindigkeitskurs, den es ja ab dieser Saison leider nicht mehr gibt, also ab der 2018er Saison, aber dafür gibt es den Frankreich Grand Prix, der jetzt am Wochenende ist, wo dieses Video erscheinen wird und wo ich das jetzt auch aufnehme, nehmen wir das jetzt in der Freitagnacht auf, bzw. von Donnerstag auf Freitag, ein schönes Sportwochenende, Weltmeisterschaft, Formel 1, was will man mehr? Aber mit dem Podium, da brauchen wir auf jeden Fall kein Wort drüber verlieren, das wird nichts, mit Glück kriegen wir Michael, der natürlich im schnellen Ferrari ist, aber der Ferrari ist diese Saison nicht so schnell, Michael Schumacher hatte hier schon seine sieben WM-Titel, oder? Ja doch, klar, 2005, 2006 waren ja die Renault mit Fernando Alonso, 2007 war Kimi Raikön, 2008 war Lewis Hamilton, glaube ich, wo es eigentlich hätte Massa sein müssen, finde ich immer noch, Kulthard ist raus, okay, okay, Kulthard hat aufgegeben, der war hinter mir, und ja, 2009 war da natürlich das Auto, was in der 2018er Vorbestelleredition als Klassiker mit reinkommt, der Braun GP, und dann kam natürlich die Zeit von Red Bull und Sebastian Vettel, als 2009er Version würde ich auch gerne fahren, und würde ich natürlich den Braun, den Braun, den Braun GP nehmen, weil ich fand, ich war ein richtiger Braun-Fan, ich fand das Auto geil, es sah cool aus, sehr sympathisch auf jeden Fall alles, aber ja, gut, die waren auch mega schnell, also muss man sich auch vorstellen, wie die wirklich dem Rest des Feldes einfach abgehauen sind, denn da ist ein Top-Team auf die Beine gestellt, innerhalb von so kurzer Zeit, die gingen ja aus dem alten BR-R-Honda-Team hervor dann, das fuhr ja auch nur bis 2008 in der Formel 1, also hier sind schon viele Teams dabei, die gar nicht mehr dabei sind heutzutage, also die nicht mehr fahren, wie zum Beispiel BR-R-Honda, Toyota natürlich, auch nicht mehr dabei, auf den hinteren Plätzen natürlich Minadi und Jordan nicht mehr dabei, dafür haben wir ja Toro Rosso, Haas und wie soll nicht alle heißen dabei, Force India, die glaube ich aus Toyota hervorgingen, oh, wer hat ein Problem? Ich habe es jetzt nicht verstanden, leider, ungefähr weiß ich ja, wer, welches Team ersetzt hat, also quasi würde vor mir jetzt Danny Riccardo fahren, rein theoretisch, und ich wäre ja Estoban Ocon mit Ralf Schumacher, aber mir macht das richtig Laune, hier diese Saison zu fahren, diese Mod, das macht richtig Spaß, der Sound, die Autos, das schaut schon mega aus, muss ich sagen, so, jetzt können wir vielleicht durch den Windschatten immer noch nichts bewirken, und wir zu spät aufs Gas hier, okay, Mark Webber hinter uns fällt zurück, also mein Ziel ist jetzt auch nicht unbedingt Weltmeister zu werden, wäre natürlich cool, wenn Toyota Weltmeister werden würde mit Ralf Schumacher, mein Ziel ist einfach besser zu werden als in der Realität, also nicht sechsteiner Fahrerwertung zu werden, sondern wirklich höher, auch in der mit den 10 Punkten natürlich, da hätten wir natürlich 0 Punkte jetzt aktuell, der Sieger würde 10 Punkte kriegen, ich glaube 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kann das sein? Boah, das müsste ich jetzt echt mal nachgucken, das kann ich so leider gar nicht sagen gerade, Alonso, 1, 29, 7, 7, 8, 8, meine Herren, der ist schon wieder bei der Zielinie, also den kriegen wir auf keinen Fall mehr, ist ja klar, weil der war auch ein Tier in der Saison, muss man sagen, war ja auch lange Zeit relativ knapp mit Kimi Raikön im McLaren, Mercedes wohl bemerkt, waren ja wohl nur 19 Punkte oder so zwischen, also 112 hatte Raikön, 133 waren es bei Alonso, das war schon eine knappe Saison, es war eine sehr geile Saison auf jeden Fall, dann vor allem dieses Formel 1 Rennen in Indianapolis in den USA, wo wirklich nur 6 Autos an den Start gingen, das war, da erinnert sich glaube ich jeder Formel 1 Fan dran, das gab es noch nie, das wird es nie wieder geben wahrscheinlich, da sind nur die Autos mit Bridgestone Reifen an den Start gegangen, weil Michelin gesagt hat, fahrt nicht Leute, solange da keine Schikane ist, weil da hatte Ralf Schumacher nämlich, meine ich, dass es Ralf Schumacher war, ein schlimmer Unfall im Qualifying oder so und jetzt können wir an Michael Schumacher vorbeigehen, gleiche Kurve wie vorhin, beim ersten Manöver, werden hier ausgesucht, rausgedrängt, Schumacher neben uns, das war die Wand und jetzt sind wir vorbei, wir sind vorbei am Michael Schumacher, das heißt, das wären die ersten Punkte, aktuell, vorbei am großen Bruder, am großen Michael Schumacher, krass, das hätte ich nicht gedacht, es war knapp, es war sehr eng, ich hoffe, ich habe ihn da jetzt nicht großartig berührt, aber was soll ich machen, ich konnte ja nicht mehr weiter rechts rüber, da war eine Wand, weil dann hätte er mir Platz machen müssen, bei Sicherheit geht dann doch ein bisschen vor, so, jetzt haben wir den Speedfreak hier vor mir, wie es schon hinten drauf steht, Takuma Sato, auch den könnten wir rein theoretisch sogar noch bekommen, Oh, da war definitiv eine Berührung, sehr unsauber überholt, aber er kann weiterfahren, alles in Ordnung, habe ihn nicht rausgedrängt, also Berührung gehören dazu, keine Strafe für bekommen, es war wohl sehr hart an der Grenze, würde ich sagen, dann schauen wir gleich mal, die Punkte, die werde ich gleich separater nochmal einbinden, in der Zehnerwertung, nach dem Rennen, werde ich mich dann nochmal ein bisschen zu melden, also, keine Angst, das werde ich dann nachher aus dem Off nochmal machen, und nicht wundern, wenn sich dann meine Stimme so ein bisschen anders anhört, vielleicht, aufgrund der Audio-Einstellung von Audacity und von diesem Programm hier, schnellste Runde für Fernando Alonso, damit müsste das eigentlich auch der Sieg sein für Fernando Alonso, ja, so ist es auch, Fernando Alonso gewinnt, hier beim Grand Prix in Australien, beim Melbourne Grand Prix, beim ersten Rennen der Saison, vor uns fährt Trulli auf 6, das ist doch schon mal in Ordnung, viel zu weit rausgekommen, schnellste Runde können wir uns damit auch schenken, wird auf keinen Fall mehr was, aber ich hoffe, das hätten wir auch so oder so nicht geschafft, ja, können wir ein bisschen rüberfahren, ein bisschen feiern, das ist noch vollkommen in Ordnung, von Platz 9 auf Platz 6, äh, Platz 7, Entschuldigung, zwei Plätze gut gemacht, Schumacher, also Michael überholt, alles super, so und wir gucken uns jetzt natürlich die Siegerehrung an, die sehr lustig aussieht, hier haben wir auch, hier sieht man zum Beispiel schon mal Maurizio Arrivobene, der Ferrari-Teamchef der letzten Saison, damit erkennt man natürlich auch, dass Ferrari ersetzt wurde von, genau, Renault, von Mile 7 Renault, um genau zu sein, Watakuma Sato, der wird sich ärgern über den 8. Platz, natürlich, aber noch mehr ärgern wird sich Michael Schumacher wahrscheinlich, so, da sehen wir das, was ich angesprochen habe, hier seht ihr Sebastian Vettel zum Beispiel, im Renault-Klamotten, ist natürlich nicht ganz so richtig, genau wie Valtteri Bottas, obwohl das passt ja schon besser, aber Rubens Barrichello, ist auf dem Podium, man sieht es, Max Verstappen ist es eigentlich, und auch Fernando Alonso ist natürlich kein Deutscher. Somit haben wir den folgenden Endstand, Alonso gewinnt von Montoya, dann kommt Barrichello, Fiese Keller auf der 4, Raikön auf die 5 abgerutscht, Trulli und Ralf Schumacher im Toyota machen Plätze gut, und der eine fuhr von 7 auf 6, der andere von 9 auf 7, perfekt, Michael Schumacher verliert, von Platz 6, gleich 3 Plätze auf die 9, und ausgeschieden sind auch tatsächlich welche, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dass David Coulter zum Beispiel nicht beenden konnte, und Christian Klin hat eine Runde Rückstand tatsächlich, die hatten ja Probleme, der musste an die Box dann wahrscheinlich fahren, und wir gucken uns jetzt erstmal die Rangliste dazu an, die offizielle, laut Spiel sieht es nämlich so aus, natürlich wie das Rennergebnis, das wird sich auch in der ersten 10er Wertung, also ich nenne immer 10er Wertung, wird sich das auch nicht ändern, gucken wir aber vorher auf die Konstrukteurswertung, die ist nämlich relativ spannend, und naja, es geht, Renault sehr gut dabei, dann McLaren, 9 Punkte dahinter, 20 Punkte bereits dahinter, ist Ferrari, und wir haben 23 Punkte Rückstand auf Renault, gar keine Punkte holten dieses Wochenende, Jordan, Toyota, Sauberpetronas, Red Bull, Cosworth und Minardi Cosworth, Cosworth, die alte Motorengeneration, und ich würde sagen, ich blende euch jetzt hier an dieser Stelle nochmal die Punkte ein, und mit den Bildern vom Start verabschiede ich mich von euch, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, hier sehen wir sehr schöne Bilder, das ist auf jeden Fall echt ein Traum für jeden vom 1, wenn diese Bilder nochmal zu sehen, also vielen Dank fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat, lasst euch einen Daumen nach oben, da würde mich sehr freuen, wir sehen uns dann beim nächsten Rennen, hoffentlich wieder, würde mich sehr freuen, macht's gut, bis dann, euer Tedigan, und ciao! ein anderer Wolfsburg, Vielen Dank.